Du und Alexander, ihr steckt doch unter einer Decke. Robert, du bist paranoid. Okay. Komm schon rein. Uiuiui. Na, geht's? Ja, es wird, es blinkt. Jetzt sagt bloß nicht der Hoffmann und unsere Marie. Ich hab nix gesagt. Hat er sich in Sie oder Sie sich? Das ist doch ganz egal. Na, vielleicht bekomme ich ja wieder meine Einladung. Vielleicht sogar vom Chefkoch persönlich. Was mich natürlich sehr freuen würde, nach diesem ganzen Missverständnis. Ja, Robert Zahlfeld dampft manchmal wie ein Schnellkochtopf. Sie interessiert mich nicht. Nein. Sie ist niedlich, ja. Ja, niedlich. Aber naiv. Naiv. Völlig unbedarft. Unbedarft. Robert, jetzt mal im Ernst. Sie ist doch noch ein halbes Kind. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So ein halbes Kind, das ist nichts für mich. Du unterschätzt Marie. Okay, sie mag manchmal ein bisschen naiv wirken. Aber, glaub mir, sie ist jung, intelligent. Ich kenn sie. Ich weiß, wovon ich spreche. Mag sagen. Ich hab diesen natürlichen Charme. Sie ist eine intelligente, neugierige Frau. Sie hat Talente. Sie ist nicht so abgebrüht wie die anderen in ihrem Alter. Hast du den passenden Wein schon gefunden? Ja, hab ich. Hast du die passende Frau für dich verloren? Glaub mir. Das zwischen mir und Marie ist längst vorbei. Ich hab doch gar nichts gesagt. Warum rennst du denn weg, wenn du mich siehst? Mama, es hat nichts mit dir zu tun. Na dann. Nichts dann. Es sah aber so aus, als ob du hier reinkommst, um zu weinen. Nein. Also gut. Dann steht dir wohl, dass der Kaffee nichts im Wege. Nein. Doch, Mama, ich hab jetzt keine Zeit. Ich hab grad Ärger wegen der Präsentkörbe. Die du mit Lars zusammengestellt hast. Lass mich bloß mit dem in Ruhe. Ach, daher weht der Wind. Nein, es geht um die Präsentkörbe. Die sind zu teuer geworden. Und jetzt hab ich einen Riesenärger. Zu teuer? Also, das ist doch wieder mal typisch für die Herrschaften. Protzige Wünsche und dann nichts zahlen wollen. Aber denen werde ich mal meine Meinung sagen. Mama, du hältst dich da raus. Ich wollte dir doch nur helfen. Ich bin weder klein noch naiv noch unbedarft. Hör nicht auf, mich ständig zu bemuttern. Ja. Halt dich einfach raus, okay? Robert, heiße neue Info. Nicht jetzt. Willst du mir etwa sagen, dass es dich nicht interessiert, dass momentan einige Hotel- und Gastrokritiker unterwegs sind, um neue Restaurantsteine zu verteilen, ja? Woher weißt du das denn? Entschuldige, ich bin Hotelmanager. Das ist mein Job. Kannst du Alexander darum bitten, diesen Fernsehkocher neu zu engagieren, damit er den Fürstenhof aufwertet? Jetzt im Ernst. Du solltest wirklich darüber nachdenken, dir einen zweiten Stern zu erkochen. Hey, dann wärst du der Star. Mann, die Leute würden uns die Bude einrennen. Die Verlage... Moment mal, das geht doch nicht von heute auf morgen. Da braucht man viel Zeit, eine Menge Engagement. Was wichtig ist, sehr viel Geld. Nicht, dass mich die Idee nicht reizen würde. Also, warum stehen wir dann noch hier rum und quatschen? Wie meinst du das? In unserem Hotel in Baden-Baden ist momentan eine Restaurantkritikerin. Diesen Tipp hab ich heute bekommen. Wenn sie dort ist, wird sie auch bald hier im Fürstenhof sein. Verstehst du? Das wär klasse. Ich könnte mal ein neues Kaninchen-Ratatur... Nein. Ich könnte sogar was ganz Neues kreieren. Auch zum zweiten Stern. So einfach geht das nicht. Ja, ich weiß, du brauchst Geld. Nein, ich muss Alexander fragen. Wieso das denn? Weil das sehr viel Geld kostet und er ist Geschäftsführer. Aber ich bin auch Geschäftsführer. Dann brauch ich beide Zustimmungen. Und meine hast du doch schon. Aber Alexander ist nicht. Und hey, ich hab keinen Bock, mit ihm darüber zu reden. Jedenfalls jetzt nicht. Danke. Das hier ist auch gut. Hör mal. Das Ambiente, die richtigen Rezepte, die großartigen Anweisungen von Herrn Lindner und das strahlende Dessertköchchen. Wann findet der nächste Kochkurs in Ihrem Hause statt? Ist toll, oder? Dass du Patrick Lindner gebracht hast, war in der Tat eine glänzende Idee. Ich denke, wir sollten mehr solcher Events veranstalten. Mehr? Ja, unbedingt. Zum Beispiel Koch-Events zu verschiedenen Themen. Wir laden Promis ein, Robert kann sie bekochen. Das bringt Gäste ins Haus, zukünftige Stammgäste. Die hoffentlich Maxim nicht wieder ausquartiert. Da werde ich schon für sorgen. Keine Angst. Tja, Maxims Idee mit dem Kochkurs war wirklich gut. Muss ich zugeben. Hätte Robert nicht gestreikt, wäre der Erfolg sicher größer geworden. Ja, ich hatte Glück, dass Herr Lindner Zeit für uns hatte. Und du hattest Glück, dass Vater ihn für deine Charity-Veranstaltung gewinnen konnte. Was ist los mit dir? Freust du dich gar nicht? Doch, doch. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung. Einen neuen Moderator habe ich dringend gebraucht. Aber? Aber das ändert nichts an der Situation zwischen Werner und mir. Ich kann diese Verletzungen, diese Demütigungen, diesen Verrat einfach nicht vergessen. So was braucht ein bisschen Zeit, Mutter. Ich weiß nicht, ob Zeit jede Wunde heilt. Dein Vater hat mir unendlich wehgetan. Wo bleibt denn dein Humor? Bei der Stimmung hier. Ist immer noch sauer? Ist ja wohl kein Wunder, mit dem, was du mir an den Kopf geworfen hast. Nun gut. Ich hätte dir nicht unterstellen dürfen, dass du von Patrick Lindner gewusst hast. Es tut mir leid, ich war unfair. Ich entschuldige mich. Ja, ich war sauer, verdammt. Ich war... Das war ein Trotzbrocken. Na ja. Danke. Wofür? Dass du dich entschuldigst. Länger hätte ich es in der Atmosphäre hier aber wirklich nicht ausgehalten. Das hat mich schwer an die ersten Tage im Fürstenhof erinnert. Ich war nicht einfach, ich weiß, aber ich habe das alles nur... Ach, du warst widerlich. Jetzt komm, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber danach wurden wir ein unschlagbares Team. Das stimmt. Wollen wir nicht mehr daraus machen? Woraus? Lass uns einen zweiten Stern fürs Restaurant erkochen. Ja gut. Gut, machen wir das. Ich habe ein paar richtig gute Rezeptideen aus Brüssel mitgebracht. Du ahnst nicht, was das für eine Arbeit ist. Der Stress beim Konkurren ist ein Klacks dagegen. Ja, aber das haben wir doch gut geschafft. Ja, schon, aber wenn wir einen zweiten Sterner kochen, dann müssen wir ein Sieben-Gänge-Menü perfekt dekoriert, originell serviert an den Mann bringen. Oh Gott, das machen wir doch jeden Tag. Ja, aber da wird jedes Wimpernzucken, jedes Extra-Voice-Bahn, jedes Kauen vom Gast registriert. Verstehst du? Ach komm, Restaurantkritiker sind doch keine Unmensch. Gnadenlose Haarspalter sind das. Wenn der Wein nicht richtig temperiert, das Licht im Raum nicht passend gedimmt, das Bild an der Wand etwas schief hängt, dann sind wir verloren. Jetzt sind mir jetzt Angst einjahre. Nein, ich will dir nur klar machen, dass das einen stundenlangen Job am Herd bedeutet, der absolute Perfektion erfordert. Verstehst du? Wenn wir ein Menü servieren, das locker 100 Euro kostet, dann muss das den höchsten Ansprüchen genügen. Ja, gut. Wann fangen wir an? Sobald ich grünes Licht habe. Und jetzt an die Arbeit. Du, dieser Typ von Zimmer 9, der wollte doch tatsächlich, dass sein Bad voller Kerzen ist, ja? Als ich dann gefragt habe, ob seine Haftpflichtversicherung auf die Kosten eines Hotelbrandes berücksichtigt, dann ist er so kahlweiß geworden. Und? Was und? Na ja, willst du es mir jetzt freiwillig sagen, was los ist, oder muss ich dir aus der Nase ziehen? Ich bin so dumm. Manchmal könnte ich mich für meine Dummheit selber raufheilen. Hm, das klingt nach einem Männerproblem. Gut, er war denn in letzter Zeit aktuell? Lazyboy vielleicht? Irgendwie interessiert er mich schon. Irgendwie. Ja, schon mehr als nur irgendwie, aber es hat keinen Sinn. Ja, selbstverständlich machen Gefühle Sinn. Aber jetzt sag doch mal, was los ist. Er nimmt mich gar nicht ernst. Kommst du nah rauf? Er nennt mich naiv, unbedarft, ein halbes Kind. Was hast du dir gesagt? Nein, zu Robert. Ich habe es zufällig mitgekriegt. Kann ich Ihnen helfen? Oh ja, ich glaube schon. Deine Andeutung vorhin. Soll das bedeuten, du hast mit Alexander noch nicht gesprochen über deine Pläne mit dem zweiten Stern? Ich hatte bis jetzt keine Zeit dafür. Aha. Du, ich bin nicht dabei, ohne Absprache mit Alexander. Beruhig dich, Laura. Ich wollte erst deine Zustimmung einholen, bevor ich Alexander um Geld bitte. Gut. Dann mach aber mal hinne. Das ist ein absoluter Traum, wenn das klappt. Meine romantische Schwester. Träume reichen mir nicht. Ich will den reellen Erfolg. Ich doch auch. Ein zweiter Stern fürs Restaurant ist wie ein Oscar für den Film. Und das ist nicht möglich, wenn man kein großartiges Team hat. Dann ist deine Meinung. Ich bin zwar Koch und Chef, aber ohne eine großartige Dessertköchin bin ich aufgeschmissen. Das sehe ich ganz genauso. Ach, jetzt hör doch auf. Lass uns ein bisschen streiten, sonst kann ich nicht kochen. Gut, ja. Lass uns gleich mal mit der Diskussion über meine Arbeitsgeräte hier anfangen. Was für Arbeitsgeräte? Die Küche ist einzigartig und 1A eingerichtet. Ja, für deine Verhältnisse vielleicht. Ich brauche neue Arbeitsgeräte. Ich brauche neue Pralinengitter. Ich brauche Patisserie-Rahmen. Ich brauche einen neuen Brenner zum Karamellisieren. Das ist meine Meinung, Gnädigste. Was ist denn jetzt los? Was soll denn los sein? Willst du mich auf den Arm nehmen? Wir können ja nicht jetzt schon einer Meinung sein. Aber ich meine es ehrlich. Du hast recht. Wir brauchen neue Arbeitsgeräte. Diese Küche muss auf Top-Standard aufgerüstet werden. Und auch darum werde ich Alexander bitten. Auf den zweiten Stern. Ja, auf, dass uns der Kuh gelingt. Prost. Also ich hätte nie gedacht, dass aus dir nochmal was wird. Ja, bitte was? Im Ernst, Maxim? So wie du dich in den letzten Jahren benommen hast und jetzt stellt sich heraus, dass du ein gewiefter Geschäftsmann bist. Ja, ich muss schon zugeben, die Sache mit dem Kochkurs, die war gar nicht so schlecht. Gut, Alexander musste nochmal einen draufsetzen mit seinem komischen Patrick Lindner, aber dem Hotel hat es nicht geschadet. Also was soll's. Du wirst sehen. Ihr werdet noch die besten Geschäftspartner. Weißt du, selbst wenn wir uns arrangieren sollten, was ich natürlich will, dann ist das, glaube ich, trotzdem nur die halbe Miete, weil der Streit zwischen Alexander und Robert, der wird noch eine Weile dauern. Hoffentlich nicht. Das Problem ist, dass Alexander diese Idee mit dem zweiten Stern schon ablehnen wird, einfach nur, weil sie von Robert kommt. Was ist, wenn du mal mit ihm redest? Das würde ich ja gerne, aber ich erinnere mich noch sehr genau an diese nette Unterhaltung, die ich mit ihm hatte, kurz nach eurer Hochzeit. Also, ganz unbeteiligt war es dann der Sache nicht, ne? Vielleicht könntest du ja mal ein gutes Wort bei ihm einlegen. Wofür? Na, für den zweiten Stern, für Robert, für mich. Ich misch mich wirklich ungern in Alexanders Geschäfte ein. Du sollst dich überhaupt gar nicht einmischen, nur mal mit ihm reden. Ach, Maxim, wenn ich über dich und über das Hotel rede, dann misch ich mich ein. Aber du bist doch seine Frau und das ist doch ganz normal, dass du dich für seine Geschäfte interessierst. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Sag mal, kann das sein, dass du mich manipulieren willst? Nein, also, nein, wirklich nicht. Es ist einfach nur ein Fakt, dass Frauen diplomatischer sind als Männer und dafür bewundere ich euch auch und du bist sowieso mein großes Vorbild. Schleim. Also gut. Ich versuch's. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Schätzchen. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Am liebsten würde ich mich verkriechen, um Lars nicht mehr zu begegnen. Du bist eine tolle Frau. Wenn Lars es nicht sieht, ist er entweder blind oder blöd. Ich bin einfach nicht so ein Typ. Männer haben nicht nur einen Typ. Es kommt auf die richtige Strategie an. Strategie? Wie das klingt. Ja, ich bitte dich, heutzutage müssen wir uns echt was einfallen lassen, um die Männer zu erobern. Damals haben die Eltern ja noch den perfekten Ehemann einem aufs Auge gedrückt. Gott, bewahre ich immer vor meine Mutter als Kupplerin, ne? Meine Eltern wären auch nicht besser. Ja, ich hab's. Genau, das ist es. Du musst ihn eifersüchtig machen. Wieso eifersüchtig? Naja, du brezelst dich auf, flirtest mit einem anderen Typen und schon ist der Jagdinstinkt von Lars Hoffmann geweckt. Tanja, ich will einen Mann, der mich vertrauen kann und der mich liebt. Auch wenn ich ungeschminkt bin oder im Schlafanzug rumlaufe. Ja, das klingt ja alles schön und gut. Wenn du ihn erobert hast, kannst du von mir aus mit dem Hängebauch rumlaufen. Ist mir doch egal. Männer wollen erobert werden, verführt. Verstehst du? Tanja, ich verstehe dich nicht. Du hast mich doch vor Lars gewarnt. Du hast gesagt, er sei immer noch in Laura verliebt und ich hätte nur Chancen bei ihm. Also, ne, null Chancen habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass er noch was für sie empfindet. Eben. Ja. Was habe ich überhaupt noch für Chancen bei ihm jetzt, wo ich weiß, wie er über mich denkt? Mein Gott, genau das muss doch deinen weiblichen Ehrgeiz anstacheln. Du hast dich in ihn verliebt. So, jetzt ist fast alles ganz neu und jetzt musst du ihn weich kochen. Ich bin doch völlig uninteressant für ihn. Mein Gott, dann mach dich doch endlich interessant. Wie oft denn noch? Das liegt nicht jedem. Doch. Und ich helfe dir dabei, weil ich mich auskenne. Wenn du so schlau bist. Und warum bist du denn noch immer Solo? Du, gell? Robert, komm rein. Störe ich? Nein, natürlich nicht. Komm rein. Ich versuche gerade das richtige Modell für unseren geplanten Golfplatz zu finden. Ist gar nicht so einfach. Naja. Kann ich für dich tun? Ich wollte mit dir nochmal in einem anderen Ton über diesen Patrick Lindner reden, den du mir da vorgesetzt hast. Der sollte eigentlich mit dir zusammenarbeiten. Ich weiß. Ich habe mich daneben benommen und das war unprofessionell. Ich gelobe Besserung. Es tut mir leid. Wow. Was heißt denn hier wow? Naja, es ist etwas ungewohnt, dass du deine Fehler so leicht eingestehst. Wow. Ja, ich war sauer, weil dieser Typ mir in der Küche die Show gestohlen hat. Obwohl er gut kochen kann. Tja, das Event ist für dich wirklich nicht so toll gelaufen. Ich denke, wir sollten mehr mit und nicht so sehr gegeneinander reden. Du hast recht. Ich habe auch eine Idee, wie wir das Ansehen des Hotels steigern könnten. Toll. Ich meine, schön, dass du dir da ein paar Gedanken machst. Ich habe auch ein paar Ideen, die ich mit dir besprechen möchte. Hast du Zeit? Schließ los. Gut. Also. Frau Lieberts. Ich bin ganz ober, Herr Sonnbichler. Wollen Sie sich schon heimgehen? Warum wollen Sie das überhaupt wissen? Wenn Sie Ihren Job nur halbwegs so ernst nehmen würden wie Ihre Freizeit, dann müssten Sie viel länger in der Wäschekammer sein. Sehe ich aus wie jemand, der seine Arbeit nicht ernst nimmt. Die Wäsche, die Ihnen heute gebracht wurde, muss morgen Vormittag gebügelt und gewaschen zur Verfügung stehen. Das ist mir durchaus bekannt. Und wann wollen Sie diese Arbeit erledigen? Oder können Sie zaubern? Das ist gar keine schlechte Idee. Das könnte mein neuer Werbespruch werden. Ich zauberre Ihnen jeden Schmutz vom Hals. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bei der Arbeit würde Ihnen nicht schaden. Wollen Sie von mir einen Tagesplan oder die fertige Wäsche? Ich bin freie Unternehmerin, ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, ja? Wenn Sie die Wäsche nicht pünktlich liefern, dann haben Sie die längste Zeit als freie Unternehmerin für den Fürstenhof gearbeitet. Nur die Ruhe, Herr Sonnbichler. So viel Ärger schlägt Ihnen auf den Magen, das ist gar nicht gut. Wir haben die idealen Voraussetzungen für einen Golfplatz. Wir haben eine herrliche Landschaft, ein erstklassiges Hotel, jede Menge frische Luft. Das Einzige, was wir brauchen, sind ein paar professionelle Trainer, dann können wir den Golfplatz in unsere Broschüre mit aufnehmen. Wenn der Golfplatz überhaupt rechtzeitig für die Saison fertig wird. Er muss fertig werden. Es wird zwar verdammt teuer, aber er muss. Warum hängst du so an diesem Projekt? Du weißt doch, wie viel Unheil dieser Golfplatz schon gebracht hat. Ich weiß, das ist alles auf Koras Mist gewachsen. Aber wir können nicht mehr zurück, Robert. Wir müssen jetzt wirtschaftlich denken. Der Golfplatz bringt neue Gäste. Zu deiner Küche habe ich da auch noch eine Idee. Stichwort bewusste Ernährung. Was hältst du davon, wenn wir weiterhin Kochkurse anbieten? Aber diesmal Kochkurse mit vitaminreicher, mit fettarmer, mit ballaststoffreicher Kost. Was? Was soll das denn werden? Soll ich Tofu-Burger machen? Oder... Der muss doch noch was anderes geben. Nein. Gut. Also, was war deine Idee? Alexander. Ich will mir einen zweiten Sterner kochen. Das Hotel wird ständig ausgebucht sein, weil jeder hier essen und anschließend übernachten will. Was sagst du dazu? Klingt prinzipiell gut, ist aber teuer, sehr teuer. Ja, aber... warum willst du das Geld in einen Golfplatz stecken, statt in mein Restaurant? Essen kann man bei jedem Wetter. So ein zweiter Stern ist in der Regel auch auf lange Sicht ein Zuschussgeschäft. Wir brauchen neue Kellner, die brauchen Erfahrung im Gourmet-Bereich. Wir könnten unser Personal weiterbilden lassen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Außerdem brauchen wir einen Sommelier, wir brauchen eine neue Weinkarte. Du kannst deine Zutaten nicht mehr vor Ort einkaufen, das geht nicht. Unsere Zutaten waren bis jetzt hervorragend. Ja, das bezweifle ich auch nicht, wirklich. Trotzdem, wir brauchen einen ganzen Stab an neuem Personal. Die müssen sich mit diesen Menüs auskennen, mit diesen tausend Gängen. Aber das Geld, was du jetzt in die Küche investierst, das holst du locker mit den Übernachtungen wieder rein. So oder so, wir haben zwei tolle Ideen, zwei zukunftsträchtige Ideen, aber auch zwei teure Ideen. Wir müssen uns entscheiden, Robert. Also entweder der Golfplatz oder den zweiten Stern für deine Küche. Ich denke, wir sollten gründlich darüber nachdenken. Ja? Hallo, Schatz. Hallo. Schön, dass du schon da bist. Ja. Ich muss noch ein paar Unterlagen holen, aber dann bin ich auch schon fertig. Das ist der Vorteil, wenn man einen Geschäftspartner hat. Das ist früher Feierabend. Wie man es nimmt, ja. Wieso? Du kannst doch jetzt Arbeit abgeben. Kann es sein, dass du dich gerade mit Maxim unterhalten hast? Also, ich finde, ihr beide könntet ruhig enger zusammenarbeiten. Die Idee mit dem zweiten Stern, die finde ich gut. Sowas lässt sich leider nicht aus dem Ärmel schütteln. Das hat Vorteile, ja. Aber leider auch jede Menge Nachteile. Kann das sein, dass du gegen die Idee bist, weil sie von Maxim und Robert kommt? Absolut nicht. Das ist ein finanzielles Problem. Wir müssen das Küchenpersonal aufstocken, wir müssen das Servicepersonal aufstocken, jede Menge Neuanschaffungen in der Küche. Ja, schon, aber sind denn diese ganzen Investitionen nicht wieder mit dem Hotelbetrieb reinzuholen? Naja, nicht so schnell. Außerdem, es muss nur ein Restaurantkritiker kommen und einen schlechten Tag erwischen und dann sind wir den zweiten Stern wieder los. Ach komm, so einfach geht das doch noch nicht. Ach, leider schon. Und das würde einen fatalen Abstieg bedeuten. Dann lieber nur einen Stern und richtig glänzen. Ja, trotzdem. Es ist Roberts Bereich. Und ich finde, du solltest darin investieren. Schließlich wurde er schon um seine Hotelanteile gebracht. Das wäre nur der faire Ausgleich. Glaub mir, ich würde es Robert so liebe sofort tun, aber das könnte fatal sein. Du übertreibst. Aber unsere Stammgäste, die könnten vielleicht nicht damit klarkommen, dass das ein Zwei-Sterne-Restaurant ist. Dieser ganze Luxus, die Kellner, die sie umschwirren und für die Neukunden könnte es zu teuer werden. Aber viele Gäste, die suchen auch das Exklusive. Sicher. Aber ich kenne einige Restaurants, die den zweiten Stern zurückgegeben haben. Der war für die mehr Fluch als Segen. Wie willst du dich entscheiden? Noch gar nicht. So, ich muss runter. Peter, ich habe diese Unterlagen noch zu bearbeiten. Ja, wir sehen uns später. Ciao. Dein Knopf ist schon wieder offen. Ich passe auf beim nächsten Mal. Alles klar. Gute Nacht, Max. Bis morgen, Marie. hätten Sie Lust, eine der Flaschen, die wir gestern angebrochen haben, heute Abend zu trinken? Ich weiß nicht. Wir können unseren kleinen Weinkurs fortsetzen. Dann können Sie in Zukunft jede Menge Präsentkörbe ganz allein mit den passenden Wein bestücken. Vielen Dank für Ihre Einladung. Aber ich muss jetzt nach Haus. Aber es macht wirklich viel Spaß, mit Ihnen über Wein zu reden. Wollen wir das nicht irgendwann mal wiederholen? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich kenne Sie nur von der netten Seite. Na, die scheine ich heute wohl verpasst zu haben. Kann ich noch einen Tee haben? Gerne. Bitteschön. Hallo. Hallo. Darf ich mich zu dir setzen? Schöner Abend. Schöner Abend. wollte ich sagen. Und du? Ein schöner Platz. Hast du gar nicht gedacht. Kannst du Gedanken lesen? Ein bisschen vielleicht. Ich wollte mich für dich entschuldigen. Es tut mir leid. Es ist der Streit wegen Patrick Lindner. Das hätte nicht sein müssen. Völlig unnötig. Stimmt. Und bei allen Gutes hatte die Sache Roberts Ehrgeiz ist wirklich angestachelt. Ja. Er hat gute Ideen für die Küche. Hm. Hat er mit dir gesprochen? Über den Stern? Ja, hat er. Nicht nur er. Irgendwie scheint sich keiner Gedanken zu machen, dass das Ganze was kostet. Hm. Ich kenne Restaurants, die haben den zweiten Stern wieder abgegeben, weil der Druck zu groß wurde. Komm, hier ist. Ein zweiter Stern bedeutet Publicity. Mehr Gäste. Ja, nicht nur leider. Denk doch mal an Robert. Für den wäre das die Erfüllung eines Traums. Was glaubst du eigentlich? Ich kann doch nicht so ein finanzielles Risiko eingehen, um das Ego meines Bruders zu befriedigen. Entschuldige. Gut. Mit anderen Worten, halt dich da raus. Du hast vom Gastronomiegeschäft keine Ahnung, oder was? So habe ich das nicht gemeint. Entschuldige. Das war jetzt zu hart. Ja, dann sag einfach, wie du es meinst. So, dann wollen wir mal. Hallo, Überraschung. Ich habe uns eine kleine Erfrischung mitgebracht. Oh, danke, Helikardt. Eines Tages wirst du deinem Mann sagen, ich habe an Viola geglaubt und schau, was für eine Tüchtergeschäftsfrosse geworden ist. Alfons tut doch nur so grantig. In Wirklichkeit ist das ein ganz lieber Mann. Und der gibt ja auch jedem seine zweite Chance. Wieso zweite Chance? Dass sie den Wellnessbereich nicht auf meinem Mist gewachsen. Ja, das stimmt. Das hat sogar Alfons zugegeben. Aber den Wein, den hast du doch ganz allein getrunken. Dafür werden jetzt alle noch viel stolzer auf mich sein. Ich sehe es schon vor mir. Eine expandierende Wäschereinigung in den Händen einer zuverlässigen Geschäftsbau. Expandierend? Na klar. Dieses Hotel ist doch nur mein erster Kunde. Ich will natürlich für mich werben. Patent, präsent und konzentriert. So wird man erfolgreich. Lass mich mal. Wir sind doch ein super Team. Willst du nicht in meinem Unternehmen einsteigen? Ach, um Gottes Willen, Viola. Lass mich mal in meiner Küche. Na, ich meine im Ernst. Soviel ich gehört habe, kann Robert Saalfeld doch ein ziemlicher Tyrann sein. Dann wäre es bei mir viel besser aufgehoben. Ach, weißt du, man gewöhnt sich an alles. Ich glaube, seine Ruhmbrüllerei würde mir sogar fehlen. Na gut, mein Angebot steht. Kannst du nicht morgen weitermachen? Ja, ja, ja. Du hast ja recht. Es ist auch schon spät. Willst du einen Tee? Gerne, ja. Was für eine Sorte? Ist mir eigentlich egal. Ich habe da einen neuen Früchte-Tee. Wollen wir den probieren? Klar. Ist alles in Ordnung? Bitte? Ja, ja, alles in Ordnung. Du siehst aber gar nicht so aus. Alexander, ich sehe doch, dass sich was beschäftigt. Komm, wir wollten doch keine Geheimnisse mehr voreinander haben. Es ist nur wegen wegen Robert, wegen dieser Entscheidung, wegen dem zweiten Stern. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich fürchte, wenn ich mich einmische, dann wird das Problem noch größer. Du bist eine klasse Frau, weißt du das? Hat dich gar nicht verdient. Ich gebe meinem Gast das. Alexander hat sich verändert. Er ist ein kalkulierender, kompromissloser Geschäftsmann geworden. Er trägt jetzt zwar eine größere Verantwortung, aber mir gegenüber muss er sich doch nicht so aufspielen. Der zweite Stern wäre einfach wunderbar. Und auf das kreative Duell beim Kochen mit Robert würde ich mich besonders freuen, wie damals beim Concours de la Cuisine. Ich verstehe Alexander nicht. Seine Argumente waren so trocken und so verdammt vernünftig. So, Omi, jetzt lass mal wirken dein Antidepressionsrezept. Frag mich, was sie dazu sagen würde, dass Alexander mein Bruder ist und ich ihn immer noch trotzdem... Boah, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Bist du immer noch hier? Für Selbstständige gibt es keinen Feierabendengelchen. Ah, ich bin froh, dass ich angestellt bin. So ein Wäschereinigungsunternehmen hat das richtige Potenzial. Ich werde demnächst expandieren. Das klingt ja bombastisch. Und weißt du warum? Weil ja nicht deine Mutter die geborene Geschäftsfrau ist. Schön. Also ich für meinen Teil, ich unternehme lieber was und gehe auf die Piste. Ach, nehm mich doch mal ernst. Überleg dir lieber, ob du in mein Unternehmen einsteigen willst. Ja genau, spinnig oder was? Also, der Ton ist unangebracht, Kind. Weil ich dich nämlich nicht, so wie der kleinen Paräte Alexander Salfit einfach kündigen würde. Mama, einer in dieser Familie muss Bodenhaftung behalten, okay? Sonst landen wir nämlich beide auf der Straße. Schon wieder Pessimismus. Du weißt doch, schwarze Gedanken machen. Falken, ja bitte lass es stecken, weil diesen Spruch kenne ich seit meinem zwölften Geburtstag. Das hat meine ganzen Gäste mit Schlagsahne eingesprüht und nach dem Motto, ach ist das nicht eine süße Party? Drei Kinder haben sich übergeben. Schlagsahne von gestern. Ja. Jetzt lass uns an die Zukunft denken. Steigst du ein oder steigst du nicht ein? Nein. Danke trotzdem. Echt? So verrückt du bist, gell? Ich lieb dich. Also Punkt eins. Der Umsatz auf die verschiedenen Bereiche aufgesplittet. Dein Restaurant erwirtschaftet im Moment 25 Prozent. Richtig. Die Bar macht 12 Prozent, der Laden 5, der Wellnessbereich macht 6 Prozent, beinahe 6 Prozent. Gut. Das Hotel als umsatzstärkster Bereich macht genau... 52 Prozent. Genau. Punkt 2. Die zu erwartenden Kosten für diesen zweiten Stern, falls du und Laura es überhaupt schaffst. Was soll denn das heißen? Die Kosten fürs Personal verdoppeln sich, sowohl in der Küche als auch im Restaurant. Das hast du schon erwähnt. Die Kosten für die Lebensmittel steigen. Da habe ich eine vorläufige Schätzung eingetragen. Das wird dich auch nicht mehr kosten als früher. Ich war noch nicht fertig, Robert. Zu guter Letzt die Neuanschaffungen für die Küche, die sind auch nicht gerade billig. Sag's doch einfach. Sag's doch einfach. Du gönnst mir den Erfolg nicht. Darum geht es nicht, Robert. Wirklich nicht. Es geht hier um Zahlen. Aber mit Zahlen koche ich nicht. Aber Zahlen können dir schlaflose Nächte bereiten. Mir nicht. Spätestens, wenn wir diesen zweiten Stern wieder abgeben müssen, wirst du Albträume haben, mein Lieber. Wer sagt denn, dass wir den Stern wieder verlieren? Immer der Druck, diesen Stern zu halten, ist so groß, dass uns Geld fehlen wird fürs gesamte Hotel. Aber das ist dein Bereich. Eben. Kommen wir zu Punkt 3. Eine Liste all jener Restaurants, die den zweiten Stern wieder abgeben mussten. Die Gründe dafür sind immer wieder dieselben. Das sind die hohen Kosten, das ist der Stress, kleine Fehler im Alltagsbereich. Die Verluste danach sind verheerend. Mann, du hast echt Talent, einem die Stimmung zu vermiesen. Robert, bei der Verteilung der Hotelanteile bist du leer ausgegangen. Was hat denn das jetzt mit meinem Stern für die Küche zu tun? Ich denke, es wäre nur ein fairer Ausgleich. Im Klartext? Ich glaube an dein Talent als Koch. Wirklich. Und ich will nicht, dass du dich ungerecht behandelt fühlst. Auch wenn es der größte Fehler ist, den ich je gemacht habe, ich wünsche dir viel Glück bei der Eroberung des zweiten Sterns. Du, du, du wirst es nicht bereuen. Sie kennen ja Ihre Aufgaben. Und Sie kümmern sich bitte um die anderen Tische. Jawohl, Herr Aufmer. Danke Ihnen. Lars, kann ich mal was an dir testen, bitte? Immer. Alles und jederzeit. Kannst du mal einen süßen Kuss probieren? Ich habe da eine Variation ausprobiert und hätte gern mal. Hast du Chili reingetan, um mich zu ärgern? Jetzt bleib doch einmal ernst und probier. Schlimm. Mann! Jetzt sag mir doch bitte mal deine ehrliche Meinung. Meine ehrliche Meinung? Ein realer Kuss wäre mir lieber gewesen. Mit all seinen Varianten. Ist das Thema nicht langsamer durch? Solange es keinen Rivalen gibt, da habe ich am Ball. Wie hat es dir geschmeckt? Oder gibt es etwa jemanden? Ich wollte eigentlich an dir eine Praline ausprobieren und nicht mit dir über mein Liebesleben diskutieren. Warum denn nicht? Wenn du nichts zu verbergen hast, können wir doch darüber reden. Okay, wenn du mir nicht helfen willst, suche ich mir einfach einen anderen Pralinentester. Jetzt warte doch, Laura. Die Praline hat mir geschmeckt. Ich weiß bloß nicht, ob sie mir vorher oder nachher besser geschmeckt haben. Gut, ich habe nämlich Ingwer herangetan. Verträgt sich eigentlich überhaupt nicht mit den anderen Zutaten, aber ich glaube, es hat sich gelohnt, ne? Du? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Ich höre deine Stimme, aber nicht dein Herz. Wo ist es geblieben? Also, danke fürs Testen. Ich muss weitermachen. Ist es immer noch verletzt? Immer noch, Alexander? Laura ist dein Bruder. Wie lange soll es denn noch so weitergehen? Es ist schwer, oder? Ach was, die Geschäftsidee ist absolut genial. Sie wirft nur nicht sofort Geld ab. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Gerade die hast du nicht mehr. Mann, ich will doch nur ein paar Tage. Die Kollegen und ich werden langsam ungeduldig. Kein gutes Zeichen. Vielleicht solltest du besser endlich gehen, bevor das ganze Geschäft noch platzt. Wenn das Geschäft platzt, hast du ein Problem. Jetzt geh endlich. Das war ein komischer Kerl. Das war ein komischer Kerl. Wollte der was von dir? Ach was, vergiss es, ist nicht so wichtig. Ich wollte sowieso mit dir reden. Wie lief es bei Alexander? Grünes Licht für den zweiten Stern. Nein. Doch. Wir haben ihn echt überzeugt. Yes! So, jetzt geht es auch ans Eingemachte. Ich habe bereits schon mit zwei neuen Lieferanten gesprochen. Zwei neue Lieferanten? Ja klar. Ab jetzt gilt, das Beste ist gerade gut genug. Da kann schon mal passieren, dass ein Kilo Albatrüffel 4000 Euro kostet. Kein Problem. Vielleicht sollten wir den Weinkerler auch gleich noch mal neu bestücken. Am besten redest du da mit Lars. Das ist sein Revier. Nee, komm, rede doch du mit ihm. Natürlich in meinem Namen. Schließlich bin ich ja der Chef. Ja. Oh, es ist schön. Ob ich noch Zeit zum Spazierengehen habe, wenn wir erstmal einen zweiten Stern haben? Das wäre schon eine Herausforderung. Robert ist auch richtig begeistert. Ich brauche unbedingt Ablenkung vom Thema Alexander. Dafür wäre das gemeinsame Kochen mit Robert genau das Richtige. Oh Gott. Bin ich dem Stress überhaupt gewachsen? Naura, hallo. Ach, ich genieße das Panorama und die Wintersonne. Wir leben doch hier wie im Paradies, nicht wahr? Du bist ja so nachdenklich. Hast du was? Nein. Sag mal, hast du schon von Roberts Idee gehört? Nein. Was für eine Idee? Robert hat Alexander vorgeschlagen, für das Restaurant einen zweiten Stern zu erkochen mit meiner Hilfe. Aha. Alexander ist nicht so begeistert. Was hältst denn du davon? Ja, also, für dich und Robert wäre das ein großartiger Schritt nach vorne. Aber es geht ja nicht nur um die Vorbereitung zu einem Wettbewerb. Ja, das ist mir schon klar. Deswegen kann ich Alexanders Bedenken verstehen. Er ist ein begabter und, äh, fähiger Geschäftsmann. Die gesamten Investitionen für einen zweiten Stern sind ein großes Risiko für das Hotel. Ja, das sagt er auch. Noch teurer wird es, den gehobenen Standard zu halten. Sollte der Stern verloren gehen, was öfter passiert, als man glaubt, ist das ein enormer Imageverlust. Ja, für das Hotel und für das Restaurant. Genau. Wo das Hotel in den meisten Fällen den Schaden wieder aufhängt. Okay, gut. Das würde bedeuten, dass Alexander für Robert den Kopf hinhalten muss. Mhm. Deswegen suchen viele Sterne Restaurants. Die Partnerschaft oder Kooperation mit einem Hotel. Aus Sicherheitsgründen. Das klingt schon alles ganz schön riskant. Haha, allerdings. Ich dachte, Alexander ist übertrieben buchhalterisch. Was er auch ist. Und was er als guter Hotelmanager auch weiterhin sein sollte. Wo warst du denn die her? Das ist deine Uniform, Xaver. Das ist nicht dein Ernst. Kleines Missgeschick. Gibt es irgendeine vernünftige Erklärung dafür? Ich weiß auch nicht. Vielleicht, vielleicht die Konkurrenz. Die Konkurrenz? Ja, ich bin doch ein expandierendes Unternehmen und vielleicht ist das irgendjemand einem Dorn im Auge. Du weißt doch, wie die Leute sind. Komm her auf mit deinen Verschwörungstheorien. Verdammt nochmal, wie sieht denn das aus? Okay, okay, okay. Es war die Waschmaschine. Viola, ich muss jetzt meine Arbeit antreten. Wie soll ich denn mit in diese Lillipotaner-Klamotten reinpassen? Ich weiß doch auch nicht, wie sich deine Uniform einfach so in die Kochwäsche gemischt hat. Ja, von alleine bestimmt nicht. Bitte nicht ausflicken, lieber Xaver. Wir kriegen das hin, ja? Ja, und wie? Willst du mich auch in die Waschmaschine stopfen, dass ich die gleiche Größe wie die Uniform kriege, oder was? Xaver, du, wenn du nicht innerhalb von Sekunden bei der Abfahrt scheinst, fliegt der Sambi da sowas von aus und ich... Ach du Schande. Ja, ach du Schande. Soll ich so vielleicht in deinem Hobby herumspazieren, ja? Na super, Mama. Es war aber mal wieder eine Glanzleistung, echt. Kleines Missgeschick. Aha, was deine Waschfrauenkarriere endgültig beendet hat. Das war... Heute mal... Nein. Äh, okay. Gib das Teile mal her. Pass auf! Okay, was ist das? Du besorgst jetzt erst mal eine neue Pagenuniform, ja? Wie, wo, was? Es ist mir völlig egal. Wenn du das nicht schaffst, bist du weg vom Fenster. So, okay. Willst du das dem Sonnmichler bitte erklären? Weiß ich nicht. Ich... Ich lass mir schon irgendwas einfallen. So, jetzt spieh ich für zwei Stunden in den Pagen. Du hast zwei Stunden Zeit und dann krieg ich eine Massage, okay? Oh, eigentlich sind so viele Massagen, wie du noch willst. Ich wusste doch, dass alles wieder gut wird. Man soll den Tag nicht vor dem Abend fliegen. Würdest du dich jetzt bitte auf den Weg machen? Gerne. Danke. Wir brauchen monatelang für die Vorbereitung. Hör mal, wir haben eine Glanzleistung mit dem Konkurr hingelegt, aber wir müssen noch besser werden. Naja, aber vielleicht übernehmen wir uns ja mit dem Ganzen noch ein bisschen. Ich dachte, du warst so begeistert von der Idee. Hat dir etwa Alexander diesen Flur ins Ohr gesetzt? Wenn Alexander mit der Idee nicht einverstanden ist, dann wird das schwierig mit der Umsetzung. Er stimmt dazu, er hat aber seine Bedenken. und jetzt steckt er mein ganzes Personal mit seinen Zweifel an. Wollten wir nicht der neue Stern am Gourmet-Himmel werden? Wollten wir uns nicht selbst und unsere Leistungen übertreffen? Als unschlagbares Team? Hm. Kann ich mich auf dich verlassen? Ich lass dich nicht im Stich. Bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Miras. Wir machen das schon. Kümmern Sie sich gar nicht drum. Dankeschön. Max. Jetzt zu unzähl, was soll das für eine Zirkusnummer sein? Herr Sonnbittler, es tut mir so leid, es ist meine Schuld, weil ich habe eine Wette verloren. Ach, Wetten tun Sie auch noch? Dummerweise ja, weil Max Haber hat gewonnen. Ja, und jetzt stehe ich in seiner Schuld und muss zwei Stunden lang den Pagen spielen. Ja, aber das ist doch kein Spielplatz her. Schicken Sie mir den Steinle sofort hierher, sonst... Das geht nicht. Bitte? Ich hoffe, ich habe mich verhört. Weil, äh... Herr Sonnbittler, ich brauche Ihre Hilfe, weil die Sache ist die, wenn ich das jetzt nicht zwei Stunden lang durchhalte, dann muss ich eine Woche lang den Pagen spielen. Das können Sie mir nicht zumuten, das ist so schwer. Ihnen? Ja. Mir kann ich das nicht zumuten. Ja, sag ich doch. Ah, neue Gäste. Hallo, willkommen. Willkommen. Hallo, Laura. Sag mal, ist es nicht ein bisschen zu kalt, um draußen zu sitzen? Nö, ich mag die frische Luft so gerne. Hallo, Laura. Sag mal, was machst du denn in deiner Mittagspause? Hast du Lust, mit mir auszureiten? Oh, das ist lieb, Katharina, aber ich werde in der Küche gebraucht. Wir kreieren doch gerade neue Rezepte. Schade. Na, was ist mit dir? Du kannst dich doch sicher aus dem Büro für mich loseisen, oder? Sicher. Wird wohl zu machen sein, ja. Wunderbar. Viel Erfolg bei der Abi. Och, ich fass es nicht. Wieso fühlt es sich so schrecklich an, wenn ich die zwei zusammen sehe? Alexander ist mein Bruder. Und er ist frisch verheiratet. Obwohl, so richtig glücklich sieht er nicht aus. Naja, aber es geht mich nichts an. Wenn ich mir Alexander nicht endlich aus dem Herzen reiße, dann bleibe ich einsam. Ja, hier müssen auch noch neue Weine her. Außerdem muss der ganze Weinkiller neu aufgestockt werden. Morgen geht's los. Ich fahre nach Würzburg zu einer fabelhaften Weinprobe. Hey, da kann man viel über Weine lernen. Wollen Sie nicht mitkommen? Dürfen auch halbe Kinder dahin? Was meinen Sie? Sie haben mich schon richtig verstanden. In ihren Augen bin ich doch unbedarft und naiv. Da habe ich bei einer Weinprobe aber nichts verloren. Sie haben doch nicht etwa Robert und mir zugehört. Marie, Sie haben das völlig falsch verstanden. Da war nicht viel falsch zu verstehen, Herr Hoffmann. Marie. Alles gut. Kann ich Ihnen helfen? Jetzt hör doch einmal auf zu kranteln. Was hast du denn? Die macht mich wahnsinnig. Wer denn jetzt schon wieder? Nicht schon wieder, sondern immer noch deine spezielle Freundin Viola Lieberz. Weil sie selbstständig ist und ein bisschen exzentrisch? Sag einmal, hast du die Nummer mit der Paschenuniform nicht mitgekriegt? Natürlich habe ich die mitgekriegt. Tanja sah so süß aus. Sie hat Gesaufers Paschenuniform zur Kochwäsche gegeben. Und die ist jetzt noch so groß. Willi Gott, das ist nicht lustig. Ich kann jetzt schauen, wie man die Lieberz die Kosten für die ruinierte Uniform erstattet. Wenn sie überhaupt noch Geld hat. Ich weiß gar nicht, was du überhaupt hast. Tanja hat so niedlich ausgesehen in dieser Paschenuniform. Die Gäste wollten ja alle helfen. Ja, aber nicht die Gäste so in den Koffer schleppen, sondern der Pasche. Mein Gott, den bricht doch keinen Zacken aus der Krone, wenn sie mal ein bisschen zupacken. Aber doch nicht in einem Nobelhotel. Also gut, ich gebe zu, dass Viola Lieberz keine große Ahnung vom Wäschemaschen. Sag ihr, die taugt nix. Was hat denn das mit Tauben zu tun? Die braucht ein bisschen Hilfe, eine Anleitung. Und ich weiß auch schon, wer ihr die geben kann. Ach, und wer soll der Depp sein? Na, der, der bin ich. Na, magst du doch mitreiten? Nee, Katharina noch nicht da, ne? Die wird gleich kommen. Alexander, deine Bedenken wegen des zweiten Sterns. Ich, ich glaube, du hast recht. Aber ich bin so hin- und hergerissen. Ich will Robert nicht im Stich lassen. Er freut sich so wahnsinnig. Tja, ich weiß. Deswegen habe ich doch zugesagt. Maxime hat keinen guten Einfluss auf meinen Bruder. Willst du nicht doch nochmal mit ihm reden? Nein, auf keinen Fall. Robert muss selber merken, dass er Fehler macht. Sonst denkt er wieder, ich will ihn bevormunden. Ich will nicht mehr, dass wir uns streiten. Ich kann damit nicht umgehen. Geht mir genauso. Und wann machen wir es dann? Wenn wir unsere Gefühle immer noch nicht im Griff haben. Das ist nicht so gut. Ist gar nicht gut. Er wollte es auch. Ich habe es genau gemerkt. Ich liebe Laura immer noch. Sie glauben gar nicht, wie gern ich Ihnen helfen würde, aber... Ich kann es nicht. Ihr könnt hier gleich wieder abzwitschern. Das war von Anfang an ausgemacht, dass ihr nicht im Hotel auftaucht, okay? Hättest du dich an die Absprachen gehalten, dann wären wir gar nicht hier. Und wenn du deine Pokerschulden nicht ganz pronto fix zahlst, dann kommen wir wieder. Und dann nehmen wir hier diese Bude auseinander. Was willst du denn damit eigentlich sagen? Ja, dass du für uns jetzt einen Haushalt machst. Jetzt ist die ja eine Rischung. Vielleicht ist es ja wirklich besser, wenn ich von hier weggehe. Das darfst du nicht, Laura. Bitte, ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll. Das darfst du nicht database zu haben. iße Das darfst du nicht. Anh 提et